Okay, okay, okay. Ja, oder nicht? Ey, yo Leute, was geht ab? Wir sind Alex und Jürgen von Make a Move und wir wollen euch heute ein bisschen was erzählen über das Video zu unserem Song. Die meisten Make a Move Videos, die wir bisher veröffentlicht haben, waren ja im Fast-Forward-Effekt. Das war alles so ein bisschen schneller abgespielt als real. Und deswegen haben wir uns überlegt, wollten wir für das Naja-Video mal was Neues probieren und einen Slow-Motion-Effekt, also Zeitlupe, verwenden. Und dafür gab es ein wichtiges Video, was uns inspiriert hat. Das ist der Song Bitch von der Band Von Wegen Lisbeth. Das Video ist super schön. Das ist so eine One-Shot-Kamera-Fahrt, Rundumfahrt in Zeitlupe, wo einfach total viel passiert. Genau, und die zweite Inspiration war von der Band Alt-J, Breeze Blocks. Das Video ist in Zeitlupe und rückwärts abgespielt. Baseline ist auch noch eine wichtige Inspiration, denn wir wollten gerne mit dem Naja-Video wieder so ein bisschen zurückkehren zu dem Konzept von Baseline. Das heißt, eine Szene zu haben, keine Kamerabewegung und dann lustige Sachen in dieser Szene passieren zu lassen. Ich hoffe, dass wir uns dann sehen. Nachdem also die ersten Ideen feststanden, wurden diese Aufnahmen zu Hause gedreht. Dann sind wir in unseren Hinterhof gegangen, um mit verschiedenen Rückwärts-Effekten zu experimentieren. Wasser funktioniert wunderbar für Rückwärts-Effekte. Also haben wir uns gedacht, das Video muss an einem Pool gedreht werden. Testdreh bei Uwes Oma in Mahlsdorf. Jetzt, wo das Konzept fertig war, konnten die Proben beginnen. Und so sieht das Ganze dann rückwärts in Zeitlupe aus. Weitere Proben im Hinterhof. Heute, Make a Move Video Dreck, es wird supergeil. Ah, endlich Drehtag. Besprechen. Tolles Wetter. Und immer noch viel üben. Üben. Und üben. Tja, und dann kam der Dreh. Der bestand eigentlich nur aus zwei Dingen. Wir können Sachen aufbauen, um sie dann wieder zu zerstören. Wir sind total happy mit dem Ergebnis. Für euch ist hier einmal in real time und vorwärts unser finaler Take. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Der ist ein sehr spät. Der beginnt die Menschen. In der Mitte der Mitte ist die in die Runde. Wir holen Sie, zwei, drei, drei, drei. Gehen! Weitere Proben! Wir holen Sie, drei, drei. Wir holen Sie! Musik Musik Musik